Wenn sich mein zukünftiger Sohn nachts nach Hause schleicht Es ist 0 Uhr Es tut mir leid Papa, ich wollte eigentlich schon früher, aber... Was ist falsch mit dir? Warum bist du schon zu Hause? Da war spontan so eine Party und ich... Warte, was? Bist du mein Sohn? Ich war mit meinen Jungs immer bis 5 Uhr feiern Aber solltest du dir nicht Sorgen machen? Bist du mit deinen Jungs? Ja Hast du dein Handy dabei? Ja Ja, also, hier, nimm doch 50 Euro mit und zeig den anderen mal, wie man richtig feiert Danke, Papa